ich hab's mir nicht so gemacht die freundin und die kino raus sag ich jetzt noch mal die gute und dann ist nämlich gut schluss ich komm gar nicht so vor, ne? wo ist die freundin? so wo ist der Mann vom Ding? ne, ich geh das weg was soll ich das? sie gehen raus, sie haben hier Platz, sie gehen raus wenn ich runterkomme, sie sind im Haus, werde ich sehen das ist der Haus verstehen sie, sie haben wohl unser polizeiischer Platz, raus was soll denn? weil sie nur die Maßnahmen stören was soll man das? was ihr immer nennen soll wir treffen nur Maßnahmen, die stören die warum? ich hab da jetzt gar nichts gemacht ich hab da jetzt nur durchgekommen hören sie mir zu, deswegen kriegen sie von unser Platzverweis den haben wir vorhin schon ausgesprochen wenn sie den Platzverweis nicht befolgen sperren wir sie in zur Durchsetzung des Platzverweises haben sie das verstanden? gehen sie jetzt von dem Grundstück runter sie kriegen jetzt einen Platzverweis raus, weg vom Grundstück windling wir müssen das nach лес ich bin's auch schlimm und wir müssen nur zu Hause und wenn sie freiwillig wird, dann nehme ich die Polizei ja? ja und? dann wollten sie schon ohne die Polizei droht ich geh da mit wir ja davor schon kennen, dass der weniger geräumt wird ein weiterer Spieler dich schämen aber das kommt auch mit dabei in die Öffentlichkeit Das kommt in die Öffentlichkeit. Ja, ich weiß nicht, das sind die falschen Dinge. Die du oder hat es auch geleiert. Ich habe es mir um Familie Hilfe gebetet. Und sie hat nichts gemacht, weil sie von mir auch vorgehalten hat. Weckst du, du. Also, das ist die letzte Maßnahme. Das macht keiner gern. Sie sollt sich sagen. Ja, ich geh da nicht. Sie machen jetzt ein paar Sachen. Sag es mal, ihr gut, das wird nicht. Aber die anderen Maßnahmen sind nicht gemacht. Ich nenne die denn mit Geahnung. Ich bleibe gar nicht mehr. Ich geh da nicht mit. Nein, dann würde ich mich ohne Schuhe im Grabe. Ich geh da nicht mit. Sind Schuh doof, Frau Buratz? Ich stelle sie nicht, wo die Schuhe sind. Ja, und? Ich schlusselziehe, bitte, meine Hand ab, freu mich an die Gart. Dann schneiden wir das Ding ab und dann ist es auch gut. Mama! Ey, Mama! Ey, Mama! Nein, Mama! Wenn Sie irgendwas so bescheidischen... Was soll ich machen? Dann sagen Sie zu ihm, dass er geht. Was soll ich machen? Das ist alles. Das ist doch gut. Ja. Bei dem Schick, drehst du da nicht was los. Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Du bist so zu Hause! Lass mich, ich tut das mal hin. Ich lache. Okay, ja! Bleib! Nein, nein. Nein, nein, nein. Uwe, bitte, ich bin da oben. Guck mal, guck mal, guck mal! Wieso? Guck mal! Ey, jetzt krieg ich mal eine gute Halt! Halt zu! Wir kriegen ja Luft weg! Wir kriegen ja Luft weg! Mama! Du hier! Mama! Mama! Wieso ist das denn? Mama! Wenn du da so gut zum Beispiel das macht... Wenn du... Mensch hast du Mensch? Dann lang! Lass mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Lass mal Bäh los! Bäh los! Oh, hey! Oh, hey! Aua! Aua! Halt mal! Tobias! Halt mal! Hey, mach, helf! Hey, mach, helf! Hey, hol auf! Aua, mein Gott! Ich legger noch mehr! Hey, mach, helf! Hey! Hey, mach! Hey! Nein! Nein! Ey! Lass dir nur los! Nein! Lass doch los! Nein! Komm, lass los! Nein! Lass los! Nein! Komm, hopp, los los! Lass mich! Hopp, los los! Tobias. Komm! Nein! Nein! Komm, Tobias, komm! Nein! 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 Tobias, ist Schluss? Komm, lass los! Nein! Tobias, ist irgendwann mit dir! Lass los! Nein! Nein! Tobias, ich will dir keine Hilfe! Ich gucke! Ich will doch! Ich will doch! Mama! 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 Hier, jetzt auf! Nein! Sag mal Mama! 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 Lass mir doch! Ich komme nicht, Tobias! Mama! 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 Ich habe mir nicht ausgelacht, die! Tobias! Nein! 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 Ja! Benni! Nein! Hallo! Dann geht ihr um die Hals und alles. Dann wird die Herzlichkeit aus! Herr Lufole! Warte. 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 Oh, der Blut von den Hals um den Hals! Oh! Warte. 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 Dann schau mal. Dann schau mal. Dann schau mal. Ich weiß nicht, dass du dich total nicht drin. Komm. Du wirst halt auf. Du wirst mehr auf. Nein! ich mache ja die schwersten recht verspricht verspricht ich mache es ab ich mache es ab ich mache es ab ich mache es ab Du hast auch Panik aus, aber ich mag keine Sonne. Du brauchst den Finger mit Händen. Guck! Du musst dir das mal an, dann du nicht. Nein, ich will noch nicht. Nein! Mama, hilf mir doch! Tobias, bitte. Mama! Tobias, geh doch mit, ich kümmere mich um alles. Die Mama kümmert sich um alles. Ja, ich will nur, dass es geht. Jetzt läuft das schon. Ich brauche und suche. Das machen wir. Ja, Tobias, wir machen das so hoch. Wir machen das so hoch wie immer besprochen. Klappt nicht. Nein, bitte nicht. Ich zähle jetzt bis drein in der Maschine. Ja, aber nicht, wo was geht. Geh auf und schwoll dort. Ich muss dich doch was. Bitte nicht. Hast du mich verstanden? Nein. Warum bitte? 1, 2, ist das los? Nein. Nein, ich lass dich keiner los. Oh weh. Schmerz. Schmerz. Lass dich nicht ab. Ja, ja. Schmerz. Halt dir die Hand fest. Komm zu dir jetzt. Es ist lang. Ja, ohne. Es ist lang. Wenn du dich jetzt losst, dann geh ich doch hin und los. Das ist nicht. Das ist nicht so lange an der Hand. Bis zum anderen Hand zu. Aus. Auf meine Hand. Das tut so weh. Dann fang ein bisschen raus. Oh, das ist so weh. Ich schraub jetzt nicht lang rum. War der Asthma? 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 Das müssen wir dann auch noch mitmachen. Nein. Vielleicht gehen sie es mal schnell holen. Wenn der Asthma geht. Das ist so weh. Das ist so weh. Mauer. 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 Schmerz. Schmerz. Mom beschreibt. Komm gleich, komm gleich. Modi. Da kommt eine Zeit, die hat voll auf dich hingedreht ob sie. Ja. Mannja. D珤... Noi. Nicht, nicht. Nein! 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 Dais nie! Dave! Jetzt dich bitte. Stopp!